So, liebes Team, ihr habt es wirklich geschafft, eine Runde weiterzukommen. Hofft ihr hier die Chance und Sieg? Auf jeden Fall. Eure nächsten Gegner sind ja der Bray und der Max. Was werdet ihr mit diesen Leuten hier anstellen? Bitte machen, ne? Also, wollt ihr wirklich sagen, ihr werdet die eiskalt abschlafen? Ja, das finde ich nicht, ey. Also, ehrlich gesagt, eure letzte Aktion hier, es war in der letzten Map, wie ich sage, ziemlich knapp. Ja. Lagt es an den Gegnern oder habt ihr eure Kondition einfach zum Schluss, wie ich gesagt habe? Ja, nein, nein, wir wollten unseren Gegner nie glauben lassen, dass wir nicht so gut sind, wie wir auf der ersten Map waren. Also, wir wollten sagen, wir sind jetzt noch schlechter, wie auf der zweiten Map und zeigen aber, dass wir unbesiegbar sind. Klar, wenn ihr den Pokal gewinnt, was würdet ihr mit diesem Pokal machen? Ich bekomme ihn. Ist gut. Also, Michel, in der nächsten Runde, in der nächsten Runde, in der nächsten Runde.